Musik Hi, ich bin Tenga, 23 Jahre alt, komme aus Berlin. Ich bin vor fast zwei Jahren vegan geworden, zunächst aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte mehrere Beschwerden, hatte einen hohen Leidensdruck und dann habe ich so einfach mal probiert, Milch wegzulassen, Fleisch wegzulassen und dann irgendwann komplett vegan geworden. Und ja, jetzt mittlerweile aus ethischen Gründen vegan geblieben und ja, vor ziemlich genau einem Jahr bin ich dann zum Tierrechtsaktivismus gekommen durch eine Freundin von mir und dann habe ich gleich bei den Animal Rights Squares angefangen und seitdem verliebt und sehr regelmäßig dabei und da viele nette Menschen kennengelernt, unter anderem halt jung, brutal vegan. Und wieso? Weil es Spaß macht, mit Leuten über das Thema zu reden, die aufzuklären und zu inspirieren und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ich schätze, das meiste habe ich von Earthling Ed gelernt, durch seine Aufklärungsvideos bei Surge und andere Inhalte. Und er hat auch eine sehr angenehme Art und Weise, Dinge zu erklären. Kann man sich gut anhören und ja, ist halt auch der vegane Jesus. Wenn ich vegan sein kann, dann könnt ihr es auch. Probiert es aus, ihr werdet es nicht bereuen. Sag mal, hast du eigentlich schon Jung, Brutal, Vegan abonniert? Absolut. Direkt. Und Glocke aktiviert. Und sollte man vielleicht auch einen Kommentar oder so schreiben? Gerne. Lasst einen Kommentar da. Und was soll man da so kommentieren? Ähm, bleibt jung und brutal und natürlich vegan. Alles klar, ihr wisst, was zu tun ist. Alles klar, ihr wisst, was zu tun ist.